Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Bunnyhop Tutorial. Ich glaube, ich habe jemanden entdeckt, der möglicherweise am Booneyhoppen ist. Kann das sein? Habe ich es endlich mal geschafft, jemanden zu erwischen? Das sieht doch stark nach Bunnyhop Script aus, meine Damen und Herren. Wow. Alles klar, Griefing. Dann machen wir halt noch ein bisschen am Spray, ist scheiß der Hund drauf. Es ist seit vorneweg zwei Wochen unmöglich, Overwatch aufzunehmen. Ich habe immer nur Spinbotter, klare Fälle, die sofort stinklangweilig sind. Oder irgendwelche Boost-Lobbys, die wir ja auch schon tausendmal hatten. Also ich will zumindest mal wieder einen Fall, der so ein bisschen schwierig ist. Dass man denkt, ja gut, vielleicht hat er auch nicht an, man weiß es nicht. Aber diese Kackdinger, die sind einfach schmarrn. Deswegen, meine Damen und Herren, nutze ich einfach mal diese gewonnene Zeit, um mich bei euch zu bedanken. Für diesen Ultra... Oh Gott, da oben ist auch jemand. Nee, doch nicht. Scheiße. Für diesen ultra geilen Stream. Es war so cool. So viele von euch waren da. Wir hatten in der ersten Hälfte einen Durchschnitt von 70 Zuschauern und einen Peak von 90. Das war endlich mal wieder an die alten Zahlen ran, verstehst du? Ihr habt schon beide Goals voll gemacht. Das Knife geht raus, die Handschuhe gehen raus. Das ist einfach der Hammer. Und es hat halt so unglaublich viel Spaß gemacht. Also wir hatten so viel zu tun. Wir haben so viel zusammengespielt. Ihr wart alle in Face-It drin und wir haben die Face-It-Matches gespielt. It's your boy. Skiddy-Penis, was? Ach, fick dich doch, Alter. Fick dich doch, my boy. Unlocked Compilation. Ich muss echt endlich diese Unlocked Compilation machen. Die Kills-Claw-Steel-Compilation und dann eben zugleich die Compilation, wo ich nicht von meinen Mates gerettet werde. Die mir andauernd die Kills klauen. Ich werde jetzt mal hier stehen. Ich spawn-trap jetzt. Ich bin einfach ein Arschloch. Ich bin einfach ein verschissenes Arschloch jetzt. Oh, fuck. Fuck. Naja, hat ja lang genug gedauert. Hallo. Alter. Oh, shit, Brin. Oh, 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 was geht ab, Alter? What the fuck? Das brauche ich unbedingt als Thumbnail ist da oben. It's your fuck. Nice way hard, schreibt er. Wisst ihr, die wissen gar nicht, was ich mache. Mein eigenes Team schreibe, ich hätte Wallhack. Ich glaube, es geht los. Nice hacks. Oh mein Gott. Sie meinen nicht cheater. Wisst ihr, sie erkennen halt Skillen. Fickt euch doch, Mann. Sie klauen mir andauernd die Kills und sagen, ich würde cheaten. Verkackte. Naja, zurück zum Thema. Es war so nice. Wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben zusammen gerockt, was das Zeug hält. Es war der Hammer. Es war echt, es war so, wie wir es uns erträumt haben. Bärl und ich. Genau so war es. Hallo, hallo. Oh je. Oh je. Also das ist doch wirklich möglich hier in diesem Spielmodus auch mal ein paar Kills hintereinander zu machen. Ohne dass man sich direkt hier den WTF-Report anhören muss. Ich hasse es mit der Negev rum zu pimmeln. Sind hier irgendwo Feinde, die ich killen kann, bitte? Da, da ist einer. Oh no, er hat eine Autosnipe. Das ist wirklich das Unangenehmeste, was er jetzt dagegen mich antreten kann. Auf die Distanz. Na also. Er steht immer noch da hinten. Okay. Nein. Ja, dann ist er weg. Bist du, und vor allem ist noch jemand vor mir. Sie meinen, ich wäre der Hacker, obwohl ich erst Dritter bin hier. Ich glaube, es geht los. So. Bang, bang, man. Alter, da gehen die Shots nicht rein. Nein, 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 nein. Ich habe immer zwei auf einmal. Hey. Ich mache einen Low und dann kommt der Nächste. Geht weg. Hört auf, meine Leute zu killen. Die habe ich angefragt. Nein. Oh fuck, der einen hat schon Knife. Alles klar, GG. Das wird wohl leider kein Win hier. Ich habe echt gerade das Anlag des Grauens mit der Pistole. Das ist immer zwei auf einmal. Habt ihr das gesehen? Da war es schon wieder. Die riechen es. Oh fuck, warte, warte, warte. Da schießt gleich jemanden. Da schießt gleich jemanden. Wir müssen noch zu zweit kommen. Schnell. Kommt doch mal bei dem Kerl bei uns, der einen Knife hat vielleicht im Zweifel. Und da kriege ich den Kiel geglaubt. Kommt doch vielleicht bei dem Kerl, der das Knife hat, mal zu zweit. Ja? Ja. Fick Gesichter. Das war wirklich ein richtig, richtig edlers Streamerino. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. So, so, so. Komm her. Haha. Ja, Jungs, jetzt haut mal rein. Ah, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt gleich schon wieder gewonnen. Also wirklich, also wirklich. Gut einmal nicht gewonnen ist, so wie viermal gewonnen. Ich hoffe, der nächste Zwölfer wird genauso geil. Wir haben dafür immer noch keine Planung. Also keine Sorge, dass ihr jetzt irgendwas verpassen solltet. Meine Semesterferien sind jetzt ja auch erstmal wieder rum. Und jetzt muss wieder rangeklotzt werden. Und da hätte ich schon gerne, dass Overwatch jetzt auch wieder funktionieren, weil ich die zwingend brauche, um eben auch mal Content raushauen zu können, der schneller geht. Und das könnte ich, glaube ich, den täglichen Upload gar nicht mehr schaffen. Und darum hoffe ich, dass im nächsten wieder gescheite Fälle kommen. Mensch, ja, soweit ist so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.